Hallo ihr Lieben, hier ist Kallias von Kreatives Leben und heute zeige ich euch, wie ihr einen Seestern malen könnt. Hi everyone, this is Kallias von Kreatives Leben. Today I'm going to show you how to paint a starfish. Actually I'm not really painting a starfish, I'm letting it emerge from the background. Eigentlich male ich gar keinen Seestern, sondern ich lasse ihn aus dem Hintergrund entstehen. Bleibt dran und ich zeige euch wie. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018